Moin moin, so jetzt geht's wieder weiter mit GTA 5 Part 84 und wir sind jetzt hier am Ziel und mal gucken, was sich hier draus gibt. Okay, but we still need you live, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, 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 he's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen Trevor, I've been meaning to tell you, you know, I've been meaning to tell you, you know, I mean, what, homie, what do you have been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Oh, no, no, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head, but if it goes bad, oh, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell, huh? And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester, let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Oh, we're all friends now. Suppose the group hug's out of the question? He wants to, uh, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There. You happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keeping my eye on you. Yeah. I'll be in the next one. Oh, 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 oh. Unser Psychiater meldet sich wieder. Ich würde sagen, wir fahren mal zum Psychiater. Was? 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 So, wir sind jetzt da. Mal gucken, ob jetzt die ganze Familie wieder dabei ist. So, wir sind hier. Die Dinge sind ziemlich auf der Aufstieg, Doc. Es gibt keine größere Begriffe als Optimismus. Wo sind wir jetzt? Die Tage ist schwer zu halten, wer will mich zu töten, in einem bestimmten Moment zu töten. Trevor immer will mich essen. Aber wir spielen gut, weil wir eine Arbeit zusammenarbeiten. Die FIB, sie wollen mich zu töten, weil ich nicht mehr mit ihnen bin. Der Investor, der mich mit dem Studio verabschiedet hat, ist, weil ich es nicht für ihn verabschiedet habe. Aber die Wife und Kinder sind wieder unter dem Ruf. So, vielleicht sind die Dinge okay. Ja, Familie ist wichtig, Michael. Aber sicher, dass du sie da für die richtigen Gründe bist. Machen Sie nicht mehr, Lieber. Wiss ich. Machen Sie mich nicht. Ich meine, ich war gerade auf mich. Ich habe ein paar Autos, ein paar. Es ist nichts anderes. Good, good, but I hope we're not back justifying the unjustifiable, my friend. I want to be good, Doc, I really do. But then I get angry. Hmm. Anything else? Anything sexual? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. So, I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. That's incredible stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification, and outright horror. The thing is, Michael, here, can we just get a quick photo together? Cheese. What is this? I really think I can't treat you anymore. The fact is, I'm in love with you. The fuck you talking about, Doc? Okay, well, that's not true. Good. You're learning. Good. What's going on? Nothing. It's just... I think you need a new therapist. And I'm leaving town. I've got a TV show. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous. Think of the fucking tail. All those fucking bitches who call me pubehead. They'll be lining up to suck it now. You got a TV show. You? Best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. I'm really discreet. Bye now. Fuck. Don't you want to be famous? Everybody wants to be famous. It's a primal urge. Okay, now we're going to... We're going to our Psychologist. Yeah. Oh. You fucking head shrinker! This kind of soldier will push you to the job you need. You entitled piece of shit! Tolle Wurst, Alter. Tolle Wurst, Alter. So, jetzt haben wir unser Psychologen, aber sich hat er umgebracht. So, jetzt haben wir es geschafft. Du hast es geschafft. Gut. Ich habe dich wieder einmal, Davey. Wieder einmal. Also, was hast du für mich über Hanes, den Rest des FIB, IAA, und alle anderen? Ja? Die Geschichte ist geschrieben von dem Leben, okay? Wir können die meisten auf Agent Sanchez schreien. Ich verstehe diese Geschichte richtig und die Agency und die Büro wird zurück. Das Problem, die wir mit dem Problem haben, ist Trevor. Trevor? Warum? Try Meriwether, Chinese Gangsters, General Insanity, und so weiter. Ich kann Steve schreien, dass du kontrollierst, aber nicht Trevor. Steve? Er ist unser wunderte Hero gerade jetzt. Ich muss ihn vorsichtig sein. Habe ihn auf. Habe ihn auf. Habe mich raus. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Und was sehen wir hier? Nur Franklin hat eine Vision und die bedeutet Franklin. Ja, also ich denke, dass wir jetzt bei Franklin rüber gucken. Aber, das sehen wir erst beim nächsten Part. Also, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Leider tut es mir leid, dass wir heute einen kleinen Part machen. Aber ich denke, dass der nächste Part auch wissen wir ja ein bisschen länger nicht glauben. Also, so folgt kein Wort. Daumen hoch, kommentar runter lassen, fettes Arbeiten lassen, und wir sehen uns. Bis dann mit. Ciao, ciao! 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 Ciao!